Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4091 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich komme nicht darüber hinweg, dass er mich verlassen hat. Bin ich ihm nicht gut genug? Ich komme nicht darüber hinweg, dass er mich verlassen hat. Bin ich ihm nicht gut genug? Ich komme nicht darüber hinweg, dass er mich verlassen hat. Bin ich ihm nicht gut genug? Hast du eine Allergie oder hast du dich erkältet? Brauchst du noch ein Taschentuch? Hast du eine Allergie oder hast du dich erkältet? Brauchst du noch ein Taschentuch? Hast du eine Allergie oder hast du dich erkältet? Brauchst du noch ein Taschentuch? Ich bin fest davon überzeugt, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme. Wie lange kannst du so hocken? Versuche es zunächst 30 Sekunden lang. Versuche es zunächst 30 Sekunden lang. Wie lange kannst du so hocken? Probiere es aus. Versuche es zunächst 30 Sekunden lang. Ich bin der Lösung schon sehr nahe. Lass mich noch etwas nachdenken. Ich bin der Lösung schon sehr nahe. Lass mich noch etwas nachdenken. Ich bin der Lösung schon sehr nahe. Lass mich noch etwas nachdenken. Schon in der Schule interessierte ich mich für naturwissenschaftliche und mathematische Probleme. Schon in der Schule interessierte ich mich für naturwissenschaftliche und mathematische Probleme. Möchtest du Kaffee, Croissants und einen Plausch mit mir? Möchtest du Kaffee, Croissants und einen Plausch mit mir? So sehen meine Hände aus, wenn ich mit Ton arbeite. So sehen meine Hände aus, wenn ich mit Ton arbeite. Wir haben für den Kunden ein maßstabsgetreues Modell des Gebäudes angefertigt, damit er sich besser vorstellen kann, wie es aussehen wird. Wir haben für den Kunden ein maßstabsgetreues Modell des Gebäudes angefertigt, damit er sich besser vorstellen kann, wie es aussehen wird. Wir haben für den Kunden ein maßstabsgetreues Modell des Gebäudes angefertigt, damit er sich besser vorstellen kann, wie es aussehen wird. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Was hat dir an diesem Hotel am besten gefallen? Was hat dir an diesem Hotel am besten gefallen? Sollen wir den Fragebogen gemeinsam ausfüllen? Was hat dir an diesem Hotel am besten gefallen? Natürlich mag ich diese Stadt. Hier verbringe ich jedes Jahr meinen Urlaub. Eine Banane gehört für mich zu jedem gesunden Frühstück dazu. Eine Banane gehört für mich zu jedem gesunden Frühstück dazu. Eine Banane gehört für mich zu jedem gesunden Frühstück dazu. Ich mache Werbung für Parfüms. Morgen Abend könnt ihr mich im Werbefernsehen sehen. Ich mache Werbung für Parfüms. Morgen Abend könnt ihr mich im Werbefernsehen sehen. Wir sollten uns kurzfristig für die Planung zusammensetzen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir sollten uns kurzfristig für die Planung zusammensetzen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. 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 Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Gibt es heute genug Wind am Strand für meine Windmühle? Gibt es heute genug Wind am Strand für meine Windmühle? Die Tierärztin untersucht das Frettchen. Eine Impfung sollte durchgeführt werden. Ich bin froh, dass ich das Rentenalter erreicht habe und nicht mehr arbeiten muss. Ich bin froh, dass ich das Rentenalter erreicht habe und nicht mehr arbeiten muss. Jeden Morgen kaufe ich mir einen Kaffee und ein frisches Croissant vom Bäcker. Jeden Morgen kaufe ich mir einen Kaffee und ein frisches Croissant vom Bäcker. Wir sitzen oft lange am Computer und besuchen soziale Netzwerke. Wir sitzen oft lange am Computer und besuchen soziale Netzwerke. Bitte stelle die Musik etwas leiser, damit die Nachbarn nicht gestört werden. Bitte stelle die Musik etwas leiser, damit die Nachbarn nicht gestört werden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin froh. 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 Ich bin froh.